Wussten Sie, dass Licht so facettenreich wie Ihre Stimmung sein kann? Es kann das Aussehen eines Raumes verändern und wiedergeben, wie Sie sich fühlen. Philips Living Colors ermöglicht Ihnen, mit farbigem Licht zu spielen, besondere Momente und fast jede Stimmung zu kreieren, die Sie möchten. Einfach die Farbe aussuchen, die zu Ihrer Stimmung passt. Sorgen Sie für extra Romantik beim Abendessen, entspannen Sie nach einem langen Tag oder bringen Sie Farbe in Ihre nächste Party. Wie Sie das am besten machen? Die größeren Living Colors eignen sich für Räume mit viel Platz. Sie erwecken dunkle Ecken zum Leben, sorgen für Highlights auf Beistelltischen, Wandschränken oder hinter dem Fernseher. Die kleineren Living Colors sind super für kleine, überschaubare Flächen. Im Bücherschrank oder Regal, auf Fensterbänken und für Pflanzen. Auf Schränken werden Sie zum Blick fangen, wenn Sie Decke oder Wand in farbiges Licht tauchen. Sie können Ihre Living Colors auch auf die Küchenzeile stellen, für eine gemütliche Atmosphäre beim Kochen. Oder Sie lassen Ihre Kinder mit den vielen verschiedenen Farben spielen. Auf dem Nachttisch sorgen Living Colors für eine beruhigende Atmosphäre oder knisternde Stimmung. Sie haben Ihre Beleuchtung immer unter Kontrolle. Mit einem einfachen Fingerwisch stimmen oder ändern Sie die Farben. Spielen Sie mit Licht und Farbe und zeigen Sie, in welcher Stimmung Sie gerade sind. Mit Philips Living Colors. Für mehr Informationen klicken Sie bitte auf einen der Links.